Hoi alle miteinander und jetzt gibt es einen Wettbewerb. Also, wer von euch kann aus diesen Buchstaben, die wir hier haben, am allermeisten neue Wörter zusammensetzen? Zum Beispiel «Sand» wäre ein neues Wort, das man aus diesen Buchstaben kann. Sibylle, man sieht es nicht. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung! Also, das Kind, das am meisten neue Wörter findet, kann etwas gewinnen. Und zwar die allermeuste Globine. Und die von euch, die ja noch gar nicht schreiben können, können einfach eine Zeichnung von sich schicken, wo sie singen und tanzen. Und dann habt ihr auch eine Chance zu gewinnen. Also, und wo ihr eure Lösungen hinschicken sollt, das zeige ich euch gleich nachher. Woah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017